Entschuldigung, ich hab das gelesen und gedacht, was ist das für ein Kuckuckströster? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sorry. Okay, das lassen wir in der Aufnahme noch drin. Ich bin in die Stelle geräumt. Was ist das denn? Ja, den hab ich hochgeladen. Natürlich, was sonst? Ja, cool. 64 Rübsal, 14 Stereo. Eigentlich alle mal noch hochladen. Ähm. Da könntest du auch noch was machen. Haare sehen gut aus, ne? Finde ich. Ja, sehen gut aus. Die haben die Haare schön, ja. Ach, da konntest du nur reingucken, da konntest du nicht reingucken. Ja, aber war das nicht... Oh, ups. Achso, ich hab wieder die Tastatur, ich bin ja blöd. Ich wollte ja... Ach Gott. Ich muss ja wieder über Patch spielen. Ja. Wenn du das auslegst, riech ich doch mal hier. Halbe Stunde mit Summe, ich bin fertig. Ach ja, stimmt. Sie ist ja dann da durch. Achso, ich muss ja erstmal wieder reinkommen. Komm, komm, komm mal rein. Hä. 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 Nicht zu schüchtern, kommen sie rein. So. Mach mal Richtung. Eventuell beißen wir auch. Ja, das ist alles wie. Hä. 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 Glaubst du, sie bleiben bei uns und kommen mit zu Tommy? Äh, ich weiß nicht. Achso, ja, wir haben ja Begleiter. Ach ja. Hatten wir den Zettel schon gelesen? Ich weiß das jetzt grad nicht. Ne, ich glaub, wir hatten da aufgehört, ne? Nachdem wir da in den Raum reingegangen sind, hat er damit schon was gemacht. Kann sein. Jetzt bin ich seit einigen Monaten weg und die Welt geht weiter zugrunde. Und, äh, wo man auch hingeht, gibt es Infizierte und Nicht-Infizierte, die dich töten wollen. Die Menschen sind wieder Teil der Nahrungskette. Baby. Ne, ich glaub, das hat man das. Baby kommt mir so bekannt vor. Unglaublich, dass ich so lange überleben konnte. Blablabla. Ja, das hat man. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ist auch nicht stimmt. Hahaha. Du kannst dich an so viel nicht erinnern, also kommst du auch nicht drauf an. Herz ruhig. Hahaha. Hallo. Spricht dich aus. Hahaha. Äh, was ist denn mit den Lappen? Ah, ja. Lappen brauchen wir doch. Da noch. So, die Packung Klapponks. Lappen loops. Appen Carden Ho'... Hörst du auf. Höh, komplan Ja, Alexi ist ja immer noch infiziert. Jetzt geht's schon wieder besser, aber der Zombie-Virus ist noch drin. Hih扛 професс Rub Vitamin A со skipping Klapponklappin. was war denn da da kannst du da hochklettern und das geht um zu gehen ja es könnte oder kann auch nicht kann auch eine ablenkung am moment wir haben doch den wagen ja den wissen wir glaube ich da drin hier rein oder oder wir müssen hier einfach weiter ich schätze wir müssen da weiter wenn auch die treppe runter gekommen oder da geht es auch dann da rechts weiter also nicht da sein anders hinter dir quasi ich weiß nicht woher gekommen wirklich sind die treppe runter ich meine ja gut für mich doch nicht sicher aber ich meine ja ja jetzt auch vor sein können ist nur nicht so lange gerätseln ja echt so lang wahrscheinlich da wo du hast getan hast ja ja ich wollte doch jetzt nur mal eben gucken was soll es gibt kein nein doch sicher ja ich hätte jetzt die stimme von da geworden und da wohl wahrscheinlich jeder gelandet wo kommst du jetzt auch da oben sind sie gehen da oben doch hier wird runter gefallen ja links ja da gibt es in der kanalisation gibt es keine eisheit das weißt du gar nicht gibt zombie eichhäunchen oder so oh mein gott ja das ist natürlich mein gott ein bild vor haugen können wir nicht hier rast oh hier nein da kommen wir nicht hin du auch nicht ja die kinder von heute richtig ja gut in der zombie apokalypse lernt man wahrscheinlich nicht so leicht ergibt sich so viele schwimmkurse da hat was da war was andererseits wären vielleicht geht es irgendwie dann ja gucken wir mal ja mach doch ja jetzt jetzt macht doch ja ich drehe die zeit das ist voll am rad am drehen hier das klemmt da ein generator da musst du schon hinschauen wenn man hier gut ich kann ja kannst ja kannst du ach ne ja ich kann ja schwimmen genau so für hier ist kein krokodil drin ja warum soll ich denn tauchen frage ich jetzt gerade mal so ja ich habe mich aber auch gerade war glaube ich nicht nötig war einfach nur so nach dem motto wenn ihr im wasser bis zu zeigen wir immer an das wo auch tauchen kann vielleicht war es aber auch doch nötig ich weiß es noch nicht weil ich will dann da hochkommen ja gar nicht so wie es aussieht deshalb müssen wir vielleicht tauchen aber ich gucke eben mal noch um die ecke rum das sieht auch schon aus als wenn sie die dinger da extra hingemacht hätten damit ich da nicht da kann ok also tauchen wieder ich hasse tauchen ja da komme ich ja nicht durch ich doch jetzt nicht warum ich hier tut ja ich würde aber trotzdem an jedem gitter ding mal gucken vielleicht kannst du irgendwas weindrücken ja ich bin doch vorbeigeschrommene konnten wir nichts angezeigt das ist ja mit dem auto vielleicht kann man mit dem auto fahren ich weiß nicht ob ich in der brühe schwimmen wollen würde eigentlich auch nicht aber ihm gönne ich das so kommt da rein ist schön hier angenehme temperatur wo wir wissen wissen hier noch da muss ich vielleicht tauchen ja das ist ja auch nicht klang doch da das nebel oder was auch immer ja da war ein hebel luft holen das ist das falsche wort aber wir haben irgendwas dort würde ich sagen ach so jetzt können die jetzt kann es auch mit drehen du hast ich lasse im weißen heiler aus dem ich mal um das wasser ja das ist da nichts wo ich ihn kann für die anderen da ich muss aufkriegen da geht's rauf ach so ja ich muss ja hinten vielleicht zum generator ja alles klar wie praktisch ist überall wo wasser ist paletten rumliegen guck mal eben ob die tür auf geht kannst du die tür zu machen ich glaube nicht nein ich weiß jetzt nicht was ich tun soll der bleibt einfach stehen da kann er nicht mal irgendwo hingehen kannst du schleichen dass man wenigstens gerade reinguckt ob da noch mehr sind das problem ist ich muss jetzt erstmal wieder rausfinden wie ich mich bücke und das könnte wieder dazu führen dass ich einen wilden schlag machen ja ja warte mal nee das ist sogar richtig gut okay gehen wir mal leicht zurück obwohl die werden wahrscheinlich eventuell sowieso töten müssen aber dann hast du vielleicht ja dann hast du vielleicht die anderen mit dabei alle tröten alle tröten ja die werden sich teilweise an wie frösche so warte mal das floß ist ja da ja ok da ich bin mir lustig dass die das floß bezeichnen in der europäne naja ok ne palette europäte wohl eher nicht immer nee naja ja mehr kann ich hätte ja schon mal schwimmen lernen können mittlerweile na also sehr schlau naja bisschen mehr einsatz ja was ist mit hier du musst die einzelne darüber bringen wahrscheinlich nicht so ich jetzt ja gut wahrscheinlich hält er nicht beide gleichzeitig aber wenn ich sie jetzt schon darüber bringen hängt die da alleine mit dem zombie ein aber sie hat ja eine woche die macht hat schon ja oh mein gott passen aber da kann sie doch wohl auch her gehen oder das ist mit da kipp hallo wieder rauf ja ja du die ist ja länglich du musst die palette drehen wenn dann wieder ja die müsste die muss ich jetzt nicht nur extra rumdrehen darauf zu der treppe hinschieben ja da wo er auch hochgegangen ich wollte mal gucken ob sie so jetzt hoch geht da geht die nicht hoch kann ich jetzt schon sein die denkt ich bringe mich zur treppe aber ich komme doch hier seitlich nicht seitlich anders die palette dass sie mit dem kopf voran dahin kommt ja aber dann kann er doch nicht dann komme ich doch nicht darum nicht mehr dran weil ich kann ich kann überhaupt nicht das drehen ist fast nicht möglich rotieren ich lasse die einfach mal allein muss ich ja irgendwann noch mal lernen ich kann ich kann auch das ding nicht loslassen wurde kann kann ich jetzt mal ich probiere mal so gedreht ich komme da aber nicht durch das noch mal jetzt geht er hoch was willst du denn noch das gäbe doch nicht was denn los mit der das man kann los hast du kannst du ja nicht um zu gucken wurde sie noch raus lassen kann kann ich hier rein ziehen auch nicht ja wo kann sie denn noch hoch ja frage oder steckt sie erst ab und vielleicht muss ich ja doch den anderen mitnehmen ja aber der ist doch nicht angerannt kam nee aber das steht da hinten auf der anderen so wartet ihr da die wollen ja alle abgeholt werden hier da geht ja keiner einen schritt zu viel das kann natürlich sein was dann der junge und frage nach oben steht da und schützt sich aber irgendwie nicht für die lage ja oder kann ich sie ich kann sie vielleicht da drüben ja genau unfassbar aber erst mal durch die gegend schaukeln wird machen wir jetzt interessant hier kommt ja schön trockenen fußes durch ja 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 sagst du lieber nicht laut ja du musst jetzt natürlich komm gibt man eine hand oder ich wollte das jetzt nur dumm wie naja du bist halt noch kein profigen schwimmen aber recht mal da haben wir nicht ist hier Wovon reden die da? Kürze, Stufe 3 So, das haben wir alles So, dahinten, was habt ihr denn da? Okay Das war wohl eine Alarmanlage Der hat wohl mal jemand gewohnt Das scheint aber nicht mehr der Fall zu sein Abwassen Wer wohnt denn hier? Jemand, der das hier für ein gutes Versteck hält Hausregeln, wichtig, bitte lesen Sicher gehen, dass alle Türen abgeschlossen sind Nach dem Postwort fragen, wenn Fremde kommen Nicht rumschreien oder laut spielen Ins Versteck rennen, wenn der Alarm losgeht Okay Als wären jetzt alle ins Versteck gerannt Naja Wer auch immer da noch Es hört sich an, als wenn sich das an Kinder richtet Wenn die nicht dort spielen Ja Oh Die sieht doch brauchbar aus Schottie Schottie ist gut Und so, auf den Test Ich wollte das gar nicht wegpacken Ich wollte es fliegen Bomben verbessert Okay Ja gut Das war dann wohl das, was da drin stand Sag mal, was macht ihr da? Ihr sollt nicht laut spielen Toll, ich bin hier Sachen am sammeln Und verpasse, wie die hier Gas haben Ja, echt Ich wollte aber jetzt auch mal da drüben gucken, weil Oder müssen wir da sowieso jetzt gleich durch Okay Ich geh erstmal in die anderen Wahrscheinlich kommt man da hinten eh nicht weiter Lass uns doch das Auto nehmen Das war cool Kannst aber nichts machen da dran Nee, leider nicht Kann ich den Ball nehmen? Auch nicht Nichts wird einem gegönnt Aber da liegt was Oh, ich vergesst Was? Achso Achso Ich weiß, wie nennt man die denn? Ja, ich weiß das nämlich auch nicht mehr Bei uns hießen die Hypercast Bei uns garantiert nicht das Nee, nee Weiß es nicht mehr Ach nein, schon wieder war's Oh 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 mein Gott Ich hab jetzt auch nicht gesehen Oh, die anderen sind übrigens auch brauchbar Wo soll ich sagen? Ja Aber ich hab Schottie Schottie wirkt sehr gut Ja Tja Tja Wir wissen wohl, was mit ihnen passiert ist Im Klickernach zu urteilen, sind sie schon länger tot Wir gehen weiter Oh, wir können hier Komm hier rufkästchen Toll Rufkästchen, ja Ja Ja, ich hab Im Grunde Hüppe Ja, du hast jetzt Im Grunde Hüppe So Jetzt können wir Tatsache Kommst du nicht drauf an Ich wollte es dir aber zeigen, ne? Ich weiß nicht, woher diese Sicherheit gab Kommst du nicht drüber Oh mein Gott Das war ja nicht mal ansatzweise ein Problem So, ähm Ja, ihr geht da jetzt wieder Traumwandlerisch sicher da durch Die ist auch noch ne Tür Hippel heiß hier Entschuldigung Bitte? Hippel heiß hier Ja, das wär so ein Niederländische Gegend, oder? Ne Rheinfränkisch Oder Moselfränkisch Also Saarland halt Hippel heißt hier Heißt hier für Haus Oder Häuschen Und Hippel für Hüpfen Hippel heiß hier Kenn ich aber so nicht Hab ich nie gesagt Ne, ich gehöre in die Lohn Da lagern sie Oh, eine Leichtche Hippel heiß hier Na gut Wir sind gefangen Wahrscheinlich sind alle tot Einige von den Kleinen sind bei mir Die Infizierten stehen vor unserer Tür Ich weiß nicht, wie lange wir es noch aushalten Wenn ich und die anderen Wenn ich, ich und die anderen Am Leben sind Können sie uns vielleicht erreichen Wenn es soweit ist Werde ich es schnell tun Geistisch zusammen Da lag aber doch noch mehr Oder hast du alles Da lag auch noch was rum Papillen 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 Aber sonst Eher nix Ah doch Ne, das war ja die Schrift Ja, aber was stand denn da Sie können nicht was Da stand Sie mussten nicht leiden Ach so Da oben hoch Warte Da geht es ja wahrscheinlich gar nicht weiter Tauschen Ach so Oh Uh, eine Machete Ja, ich glaube, da tausche ich tatsächlich Mama Das ist so wie die Knarre in der Hand Ich habe die Ja, aber Jetzt wieder Oh Schrauben 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 sind wichtig Voll der Schrott Ja Das macht er in Dead Island schon so Ja, aber du auch So, warte, ich muss noch mal in die andere Richtung Tut jetzt hier aber nix zur Sache Kommst du auch gar nicht drüber, Papi Ich bin hier jetzt nicht das Thema Nein, nein, nein Ja, voll Arschvoll toll Hallo Susan Ich wollte dir nur Bescheid geben Dass diese Regenfänger Eine großartige Idee waren Ziemlich klug Wasser sammeln zu können Ohne sich vom Fleck zu bewegen Ich hoffe, es macht dir nichts aus Dass ich den Kindern einige Wasserpistolen gegeben habe Selbstverständlich wurde ich den ganzen Tag über nass gespritzt Wenn du nicht willst, dass sie sie haben Lass es mich wissen Und ich nehme sie ihnen wieder weg Wir sehen uns beim Abendessen Heute Abend Logischerweise Kleine Warnung am Rande Kyle macht schon wieder seinen speziellen Hackbraten Ich habe Fragen zu dem Hackbraten Ich dachte auch eben, es ist ein Schnapsfässer Dabei ist uns Regenfässer Ja Da sieht man wieder die Präferenzen Ich nehme dann den Hackbraten So, ich würde hier rüberspringen Oder komme ich nicht rüber, ne? Nee, du brauchst da gar nicht mehr drüber Doch, sicher Nein Domino hat doch keine Orientierung Du hattest doch nur gedacht Du willst zuerst noch mal gerade gucken Du kam Was ist? Das wolltest du so sagen? Nein, nicht schon gut Oh mein Gott Wo bin ich? Ich werde nicht Ich habe jetzt komplett verpasst Wie wir sie eigentlich von ihrem Floß gekriegt haben Kann sein Oh Mann Da brauchst du nicht bei? Ich bin nicht hoch Ich habe nur einfach an den anderen Rand geschoben Wir sind gar nicht das ganze Wasser schrocken Im ersten Raum In dem ersten Raum, wo der Generator stand haben Wie sie Ich musste kurz gucken, was wir den Nachbarn machen Also die waren laut draußen Wir wissen doch, was deine Nachbarn machen Wilden Sexöl, das ist ja normal Ja, aber ich war ein Ausflug neu Oh 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 nein Ja, ups Ja, alles okay Das war ich Ich habe ein Sicherheitstor ausgelöst oder so Henry, kriegen wir das hoch? Hast du gut gemacht, würde ich mal sagen Das ist seltsam Ja, ich weiß Das Ding bewegt sich nicht Oh oh Henry, wir müssen nicht von hier Was haben wir noch? Oh shit Wie war es? Oh was? Ja, glaub ich nicht Wir müssen jetzt mal auf den Jungen gesauft passen Und jetzt haben wir den an der Backe Weiß, jetzt ist Eddie Inzwischen richtig gut im Überleben hier Jetzt haben wir den an der Backe Und der kriegt halt wahrscheinlich nicht hin Achso, hatte ich nicht irgendwo eine Taschenlampe Oder ging die von der Auton? Ich weiß nicht, ob die automatisch angingen Schrauben über Schrauben Das ist ein Schrankbauer Ach ja, Ikea Oh ja, mach doch jetzt wieder der Opa-Lava Bleib hinter mir Wenn ich renne, rennst du Äh Oh Ah, du hast Weißνεcht Äh so viele eindeutig zu viel ich wusste so schnell wieder nicht wie man rennt schlecht ja wieder zwei wochen nicht das spiel habe ich schon kein plan mehr wir sind hier richtig aber kann ich nicht so lange ich bin ja eigentlich schlau hinter dir oh mein gott das ist nicht wie du da bin ich in der falle ich habe mich nicht raus das hätte wo ich nicht hin soll das ist doch glaube ich nicht das kann mir auch nicht von ungefähr dass er zudem gesagt hat wenn wenn ich rede wenn du auch oder so soll ja wohl bedeuten man muss rennen ist denn wenn ich ja da sind doch klick oder scheiße man nicht mal eine chance gehabt an ihm vorbeizukommen ich tocke es ja rechts rum knopf nicht jetzt sollte ich nicht wieder hier besonders widerlich besonders widerlich jetzt kann er wieder nicht laden spieler probleme genau wir nehmen mal was zur ablenkung ablenkung reicht ja doch nicht nur prüfen ja gut ja gut ja 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 die hau nicht immer das war nicht mehr wahr der verschwinde da komme ich jetzt auch so jetzt haben wir schön zeit hier mal noch ein bisschen zu machen ist ja kein gegen ja hätte ich jetzt bitte auch hoch das ist jetzt nicht das ist nicht euer ernst an der stelle wo ich ja gar nichts mehr machen konnte jetzt ja 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 ja